und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute feiert in briggs auf diesem kanal premiere und zwar haben wir wie ihr es schon in der hall gesehen habt die teddy bear collection die 881001 den rennteddy aus dem teddy racing team ich finde das set super knuffig und ich finde auch die idee unseren kindheitshelden mit klemmer stein zu vereinen richtig richtig cool obwohl ich selbst zugeben muss ich war eher der kuschel kissen typ als der teddy bear typ wenn ihr da lust drauf habt schreibt es einfach mal in die kommentare was für ein typ ihr in eurer kindheit wart auf jeden fall haben wir in dieser teddy bear collection reihe immer verschiedene szenen die mit dem teddy hier abgebildet werden in diesem fall eben ein rennteam was natürlich von der farbgebung an ferrari angelehnt ist aber schon auf der verpackung sind hier einige coole anspielungen wie dieses logo was natürlich an shell angelehnt ist aber hier dann auf den teddy umgemünzt wurde und ich gehe davon aus wir finden in dem set noch viel mehr coole anspielungen die verpackung ist schon sehr schön gestaltet es ist so ein hochglanz material und das macht alles einen sehr wertigen eindruck auch oben der in briggs schriftzug und die seiten gefallen mir von der gestaltung richtig richtig gut und auf der rückseite seht ihr noch mal andere set nummern die es aus dieser teddy bear collection reihe gibt laut der verpackung ist das set am ende 15 zentimeter breit 11 zentimeter tief und 15 zentimeter hoch finde ich ist eine schöne größe um es sich ins regal zu stellen ich mache die packung jetzt auf jeden fall mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an in der packung finden wir dann so eine karte hier ich kann damit nicht allzu viel anfangen weil ich zufällig leider kein chinesisch kann und wir haben natürlich die steine tüten cool finde ich hier sehen wir schon die ersten bedruckten teile soweit ich weiß ist dieses set nämlich pet printed und sonst sind die tüten design neutral wir haben auch keine bauabschnitte bei der teile anzahl völlig logisch über die steine qualität reden wir wie immer wenn wir dann das set auch wirklich gebaut haben und dann haben wir natürlich noch die anleitung das ist so eine kleine auffalt anleitung ich finde für 15 euro 99 für so ein set wäre auch eine klammer gebundene anleitung drin gewesen und das set macht von außen so einen hochwertigen eindruck dadurch die auffalt anleitung zwar nicht zerstört wird aber ich denke wir sind uns alle einig dass eine klammer gebundene anleitung mehr qualität ausgestrahlt hätte ist aber ein ganz kleiner punkt an der stelle die abbildungen sind gut gedruckt also ich denke man hat kein problem danach zu bauen es wird alles ausgegraut was schon gebaut würde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt hier oben haben wir noch mal eine explosions zeichnung von der teddy minifigur im hintergrund haben wir immer das teddy gesicht abgebildet das gefällt mir schon wirklich gut und insgesamt haben wir 37 bauschritte bis dieses set fertig gebaut ist eine teile liste haben wir leider auch nicht das wäre mit einer klammer gebundenen anleitung kein problem in einer auffalt anleitung fehlt die leider meistens trotzdem freue ich mich natürlich riesig auf diesen bau und fang jetzt auch anzubauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten oder eventuell gleich mit dem fertigen set wieder je nachdem ob es etwas sehr spannendes zu zeigen gibt und damit ist unser teddy bear racing team set von inbricks auch schon fertig es war natürlich ein sehr kurzer bau bei 187 teilen aber in dieser kurzen zeit hat der bau auf jeden fall spaß gemacht die steine qualität ist vom aussehen völlig okay wir haben nur leider wieder das problem mit sehr matten und verkratzten fliesenteilen diese sind zwar größtenteils dann mit irgendwelchen deko elementen verdeckt aber da könnten sie auf jeden fall noch ein wenig nachjustieren auch von der verbaubarkeit geht da meiner meinung nach noch was die klemmkraft ist sehr gut das hält am ende aber mir fehlt beim verbauen irgendwie dieses befriedigende gefühl wie man das zum beispiel bei lego oder goblick stein hat diese hier sind relativ fest zu verbauen man muss sehr stark nachdrücken an einigen stellen das geht also auch noch ein stückchen besser ist aber völlig im rahmen man kann das trotzdem gut bauen dieses set überzeugt natürlich vor allen dingen durch eine sache und die sache ist dass es pad printed ist und wie dieses set pad printed ist denn wir haben richtig viele prints dabei wir haben hier vorn diese gelben dann haben wir dieses teddy logo mit dem reifen geprintet der print ist auch absolut perfekt wir haben keine groben übergänge zwischen den zwei teilen was daran liegt dass die teile erst zusammengebaut wurden mit hilfe dieser zweimal vier plate und dann geprintet wurden hat auch noch den angenehmen nebeneffekt dass die zweimal vier plate jetzt nicht verbaut wurde im set und wir dementsprechend dieses teil als ersatz teil haben übrigens auch als einziges ersatz teil dann haben wir auf dem pokal ein teddy bären geprintet bei dem auto vorn dieses logo ist geprintet die seite mit teddy ist geprintet auf der anderen seite haben wir gut bier geprintet auch ein wundervoller print meiner meinung nach bei den seitenkästen jeweils dieses teil hier ist ein print genauso wie dieses teil ein einzelner print ist und natürlich ist auch dieses teddy auf dem spoiler ein print die teddy figur ist voll geprintet die mal überhaupt nichts mit lego zu tun hat und auch vom aufbau komplett anders ist also sollte es dort keine probleme geben diese strecke ist hinten geprintet und was mich überrascht hat dass es auf einem durchsichtigen teil geprintet genauso sieht man an dieser streckenkarte auch wird die detailverliebtheit in diesem set denn wir haben hier verschiedene streckenvarianten abgedruckt und das ist ja auch in echt so wenn einen langstreckenserie fährt ist es meistens eine andere streckenvariante als wenn zum beispiel die motor gp oder die formel 1 fahren würde und das ist in diesem set auch beachtet wurden dieses warenzeichen ist natürlich auch geprintet wie die beiden karierten flaggen diese zwei deko elemente sind hier hinten sehr schön beprintet in seinem gold look und auch diese plakette hier oben ist geprintet nochmal diese weltklasse gut bier anspielung und auch das wieder auf einem durchsichtigen teil also was die prints angeht und vor allen dingen die liebe zum detail mit den lustigen anspielungen ist das hier auf jeden fall ein hochklassiges set davon abgesehen finde ich es auch einfach schön und passend gestaltet mit diesem pokal der auf den reifen aufgebaut ist vor dieses fahrzeug als thema hinten auf einer art podest die teddyfigur die karierten flaggen diesen scheinwerfer das noch mal beleuchtet es ergibt einfach mit wenigen teilen eine sehr vollständige lebhafte und vor allen dingen stimmige szene also dieses set hat durchaus einiges zu bieten und ich hatte sehr viel spaß damit 187 teile für 15 euro 99 hören sich erst mal sehr teuer an und wenn man nur von den steine preis ausgeht ist das für eine alternative auch teuer aber wenn man diese ganzen prints im hinterkopf hat dann relativiert sich das natürlich noch mal die steine qualität hat wie gesagt 12 fehlerchen die könnte noch ein wenig angehoben werden es ist aber alles im rahmen die prints sind wunderschön die liebe zum detail passt hier wir haben tolle anspielungen die teddyfigur ist etwas ganz eigenes mit eigenen moles hat überhaupt nichts mit lego zu tun auch vom aufbau das seht ihr auch direkt bei der explosions zeichnung der teddy bear figur und wenn man es aus diesem blickwinkel betrachtet ist es das geld auf jeden fall wert wenn ihr auf diese art von sets steht euch thematisch in einem dieser sets wieder findet und wenn ihr die idee den teddy bear den so viele leute geliebt haben mit klember stein zu fusionieren genauso schön findet dann ist so ein set auf jeden fall etwas für euch wie gesagt kleiner kritikpunkt am rande mir hätte eine klammer gebundene anleitung besser gefallen und wenn sie das vielleicht noch beilegen und die steine qualität noch ein kleines bisschen nach oben schrauben dann wäre dieses set wahrscheinlich in einer top liste von mir gelandet und das selbst obwohl ich wie gesagt eher der kuschelkissen typ war damit seinem kuschelkissen durch dick und dünn gegangen ist und eben nicht mit einem teddy bear von mir bekommt es auf jeden fall eine kaufempfehlung es war etwas sehr erfrischendes für zwischendurch und jetzt können wir uns auch gerne mal wieder etwas größeren sets widmen wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch diese review gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley prick